So wird gegabat hier im Barzweiler, wa? Komm Kai, zeig mal hier. Das ist die größte Gaba, den es gibt hier. Die Schritte waren aber früher flüssiger. Der hat nur nicht gekippt, wenn der gekippt hat. Die Rücken schmerzen wir auch mal nicht. Warte, wir spielen können dann sehen. Das ist mal die Startaufstellung. Das ist der Joint.